Eveli, Liebling, alles gut, ich bin hier. Ich hab immer noch Albträume. Das sind möglicherweise noch nachklingende posttraumatische Symptome durch den Unfall. Du bist an einem halben Hektar Cabernet entlang gegangen, an einem Hang Pinot Gris und da drüben ist... Sind wir verrückt, das gerade jetzt zu machen, David? Nur ein Gedanke soll eine Rolle spielen. Dass wir ein gesundes Baby bekommen. Ich möchte einen Toast aussprechen, zu Ehren dieses jungen Paars und als Willkommensgruß in unserem exklusiven Club. Kannten Sie die Familie, die vorher hier gelebt hat? Sie waren dem Ganzen nicht gewachsen. Sag mir, ist... Sag mir, ist... Hab ich gehalten? Helena, alles in Ordnung? Es war, als wäre sie besessen. Wir heißen Eveli in unserem Kurs willkommen. Wir übertragen Liebe und Lebensfreude in das Kind. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere während dieser Schwangerschaft völlig den Verstand. Ich glaube, hier stimmt etwas nicht. Und das ist nicht bloß Einbildung. Die Weinflaschen sind einfach explodiert! Wie meinst du das? Du musst auf deine Intuition hören. Das ist dein Mutterinstinkt. Das sind schwere Halluzinationen, von denen wir hier reden. Da draußen ist jemand! Was ist das? Schutz. Schutz wovor? Vor dem Bösen. Etwas ist hier passiert. Etwas so Furchtbares, dass es das Land verdorben hat. Ist alles in Ordnung? Nicht wirklich, nein. Es ist nicht, was sie denken. Wir müssen was bauen, um die verfluchten Geister zu bekämpfen. Okay, aufhalten! Petit, du nimmst den dann und ich nehm den dahin!